Herzlich Willkommen zu einem neuen Video bei Fobgaming. Ich hoffe es geht euch allen gut. Heute ist Frederik leider nicht dabei, weil er heute keine Zeit hat. Wir spielen heute als Angriffstruppführer und weil die letzte Folge so gut ankam, habe ich mir gedacht, wir machen jetzt einfach noch ein Video von Notruf Fantasy 2. Und das wird auch ein bisschen länger gehen als wie das letzte. Und lasst gerne ein Like und ein Abo da und schreibt gerne mal in die Kommentare, ob ihr selber Notruf Fantasy 2 spielt oder ob ihr es nicht spielt. Würde mich mal interessieren, schreibt es gerne in die Kommentare. Wir warten jetzt auf einen Einsatz, solange werde ich euch ein bisschen noch was erzählen über die anderen Projekte. Also wir werden jetzt immer mehr Challenges machen bei Fobgaming und schreibt gerne in die Kommentare, was wir mal für Challenges machen sollen und welches Spiel wir noch spielen sollten. Auf jeden Fall haben wir gerade nicht alle Spiele da. Auf jeden Fall haben wir Notruf 112, Flughafenfeuerwehr oder wir haben auch Eishockey, FIFA, Fortnite. Also FIFA ist Fußball. Und jetzt haben wir schon den Einsatz, wir werden ihn jetzt einfach starten. Und ich würde sagen, wir fahren jetzt schnell. Brandschutz, Heimbrauchmelder ausgelöst. Einsatz für ELW LF24, DLK 2312, TLF 1, RTW 1. Genau, jetzt habt ihr auch gehört, wer alles ausrückt. Wir machen uns jetzt schon mal im Auto fertig und meinen Kollegen auf. Und jetzt wechseln wir wieder auf. Mein Charakter und wir sehen, oder wie ihr seht, haben wir jetzt auch schon Masken auf. Und wir wissen halt nicht, was uns da erwartet. Genau. Würde mich auch freuen, wenn ihr wieder gerne ein Like und ein Abo da lässt. Und dieses Video wird jetzt auch länger gehen, weil wir einfach auch nicht cutten. Und deswegen wird das jetzt auch ein bisschen länger gehen. Aber ich erzähle euch halt dann immer wieder was, dass es nicht so langweilig wird. Und ihr könnt es ja auch sonst vorspielen, wenn ihr das alles nicht sehen wollt. Wenn so lange kein Einsatz ist. Aber heute werden wir sicher zwei, drei Einsätze mal machen. Ich gucke mal, wie es wird. Genau, jetzt sind wir auf jeden Fall schon beim Notruf angekommen. Und jetzt gucken wir mal, ob Feuer ist. Also es wird dieses Haus da vorne sein, was wir hier sehen, weil das auch schon so abgesperrt ist. Und genau. Jetzt werden wir hier warten. Ich stitze mal. Ich mache jetzt nicht eben Status Müll. Und man hört, vielleicht schon im Hintergrund hat man zwar gehört, dieses Piepgeräusch. Das wird sicher der Raufmelder von dem sein. Weil Raufmelder retten eben. Merkt euch das. Und wir starten jetzt den Einsatz. Und wir gucken jetzt erstmal, ob hier überhaupt ein Feuer ist. Erstmal machen wir den Melder aus. Den soll ich einfach mit dem Heilungentool kaputt machen. Das ist so eine Brechstrecke sozusagen. Genau. Und schreibt es gerne in den Kommentaren auch, ob ihr in der Feuerwehr seid. Oder ob ihr für der Feuerwehr interessiert seid. Ähm, zu öffnen. So, jetzt haben wir den aus. Dann, ähm, ähm, genau. Jetzt sollen wir ihn wieder weg tun. Und es sieht wohl so aus, als ob es keinen großen Einsatz gegeben hat. Man sieht auch Brand. Kein, also es ist kein Brand zu sehen. Und wir können ihn jetzt auch nochmal angucken. Und, ähm, jetzt... Gucken wir mal. Ähm, Entschuldigung. Hier ist nichts. Und jetzt fahren wir jetzt wieder zurück. Boah. Entschuldigung, Leute. Das Mikro saum ist ja entwech. Deswegen muss ich mich schon dücken. Und, ähm, oder strecken. Die warten jetzt schon. Aber, ähm, ja. Jetzt fallen wir wieder Richtung Wache. Und, ähm, die Wache wird jetzt sicher nicht weit entfernt sein. Und, ähm, könnt auch gerne auf dem Kanal Forbwork vorbeigucken. Da wird bald auch ein neues Video kommen. Da werden wir an Fredericks Kettgar ein, ähm, Motor bauen. Damit das, ähm, Kettgar dann halt schneller fährt. Und, per Motor dann ist. Und, genau. Könnt ihr auch gerne vorbeischauen. Das Problem ist, der Motor ist jetzt angekommen. Aber da ist ein Kabel gewesen. Deswegen wird das jetzt vielleicht noch eine Woche brauchen. Und, ähm, wir halten euch auf jeden Fall auf dem Laufenden. Und ich werde euch auch eine Information darüber geben, ob es jetzt, äh, dass das Video jetzt online ist. Genau. Auf jeden Fall wird dieses Video heute mal nicht gecuttet. Ich hoffe, es ist nicht drin. Könnt ihr mal in die Kommentare schreiben, ob es doof ist, nicht zu kappen. Oder, ob es, ähm, gut ist, nicht zu kappen. Sonst, ähm, wir werden auf jeden Fall eure Meinung hören berücksichtigen. Genau. So. Wir fahren jetzt, ähm, rechts. Der ist gerade irgendwie komisch gefahren. Auf jeden Fall ist da hinten schon die Wache. Sieht man so links, da vorne. Und, ähm, hoffentlich schaffen wir es noch über die grüne Ampel. Also, jetzt mal so nebenbei. Ich fahre nicht. Das macht der Computer alles allein. Und, genau. Jetzt werden wir gleich auch einen Einsatzbericht kriegen. Und, genau. Wir sind jetzt einsatzbereit auf der Wache. Genau. Aber jetzt ist leider die Ampel rot und auch die Feuerwehr muss sich an Verkehrsregeln halten, wenn sie nicht im Einsatz ist. Und, ähm, jetzt sind wir wieder auf der Wache und warten, dass der nächste Einsatz gleich kommt. Und, ähm, jetzt sind wir wieder auf der Wache und dann sind wir jetzt auch sofort wieder einsatzbereit. Auf jeden Fall dauert das ein bisschen, weil der erst mal integrieren muss. Und, ähm, genau. Aber wir sind jetzt sofort fertig. Und, dann warten wir direkt auf den nächsten Einsatz. Sehen werde ich auch nicht kapiert. Also, da müsst ihr halt vorspulen. Das ist dann doof. Aber, also, ist nicht doof, aber ist dann jetzt leider so. Dann, tut's mir leid. Aber, auf jeden Fall wird das Video auch heute noch erscheinen. Wir versuchen jeden Tag ein Video rauszubringen. Also, guckt mal vorbei. Und schreibt gerne in die Kommentare auch, was, ähm, ihr am meisten mögt. Und wovon ich Videos auch am meisten machen soll. Ob euch Fortnite jetzt ein bisschen langweilig ist. Ihr in NotoFind 2 mehr feiert. Lasst es mich gerne wissen. Und, genau. Was für Spiele. Wir können auch gerne mal ein Flughafenfeuerwehrspiel machen. Oder, ähm, so ein, ähm, Rettungsspiel. So, im Winter, so ein, Eis, also so ein Schneerettungsspiel. Aber ich persönlich finde NotoFind 2 Flughafenfeuerwehr. Und, ähm, genau. Die finde ich eigentlich am schönsten von allen. Fortnite spiele ich eigentlich auch nicht so zwischendurch. Die letzten drei Videos kamen jetzt halt von Fortnite. Und, ähm, jetzt wollte ich eigentlich mal wieder ein bisschen Abwechslung reinbringen. Genau. Ähm, ähm, Autobahn. Einsatz für ELW, LF24, TLF1, RTW1. Genau, jetzt habt ihr auch wieder die Durchsagen gehört. Also, die Spiel ist echt sehr realistisch. Aber Autobahn werden wir lieber mal eine Maske aufsetzen. Und, ähm, jetzt wird die Anfahrt leider ein bisschen dauern. Aber, vielleicht ist es ja auch gar nicht so uninteressant. Äh, vielleicht ist es ja ganz cool, wenn ihr das mal alles sehen wollt. Äh, genau. Äh, Also, schreibt's gerne in die Kommentare, wovon ich viele Videos machen soll. Oder schreibt's gerne in die Kommentare, was euer Lieblingsspiel ist. Und, ob wir das auch mal spielen sollen. Oder, ob wir mal FIFA-Spiel machen sollen. welche Mannschaft ihr möchtet gegen diese Mannschaft, die ihr möchtet. Und, genau. Ihr könnt's gerne mal machen. So, wir sind jetzt sofort auf der Autobahn. Und da ist ja auch schon der Einsatzort. Also, äh, genau. Es dauert jetzt die Verlangen. Genau. Vielleicht sieht man ihn jetzt schon auf der Gruppe. Ich weiß es nicht. Mal gucken. Auf jeden Fall wird das Video gleich erscheinen. Ah, da unten ist ein LKB-Brand. Ah, das sieht ordentlich aus. Das wird ordentlich brennen. Aber, das ist jetzt erst mal Funk. Am Einsatzort eingetroffen. Und, äh, wir werden jetzt löschen. Und, wie wir zurückfahren, werde ich sicher nicht mehr aufnehmen. Wir machen jetzt eigentlich nur noch diesen Einsatz. Und, äh, das nächste Video kommt morgen auf jeden Fall. Da bin ich mir relativ sicher. Nur, eventuell geht's erst später. Vielleicht so, leider erst 8 Uhr vielleicht. 8 Uhr abends. 20 Uhr. Weil ich eher ein bisschen schaffe. aber vielleicht produziere ich, äh, produziere ich heute noch vor. Und, äh, lade es dann morgen einfach nur noch hoch. Genau. Ich glaube, so werde ich's auch machen. So, jetzt sind wir auf jeden Fall angekommen. Und jetzt werden wir uns, ähm, direkt, wir werden jetzt wahrscheinlich so ein Schaumohr nehmen. Und, ähm, jetzt sind außerdem allein die Kräfte da. Jetzt kommt noch der Rettungsfahrer. da sind wir auch voll schnell. Wenn wir jetzt auch gut sind. Ja, jetzt starten wir den Einsatz. Und, ähm, äh, wir warten jetzt auf Anweisung, was der uns sagt. Und, auf jeden Fall. Gucken wir uns jetzt schon mal an, wie der Einsatz, äh, wie das Feuer, wie groß das Feuer ist. Es ist ein bisschen warm. Also, ein bisschen, ähm, bisschen groß. Und, ähm, auf jeden Fall machen wir jetzt Schaumohr. Also, das wird jetzt auf jeden Fall gemacht. Ich hole's schon mal raus. Da ist das Schaumohr. Es wird jetzt auf jeden Fall genutzt. Das weiß ich. Weil wir diesen Einsatz schon mal öfters gehabt haben. Wir warten jetzt eben, bis die, äh, Schlauchversorgung gelegt haben. Und, da kommt's schon. Das ist mein Kollege. Der nimmt ja auch schon Atemschutz an. Ähm, genau. So, jetzt verbinden. So. Jetzt löschen wir das Feuer. Wie man sieht, es kommt auch schon Schaum raus. Ist relativ realistisch alles. Und jetzt wird das gelöscht. Genau. Mit Schaum löscht. Super. Genau wie Sand oder Wasser. So. Das war's. Jetzt ist sofort gelöscht. Alles zu Ende gelöscht. Wir kühlen jetzt auch ein bisschen. Jetzt haben meine Kollegen schon alles abgebaut. Ist ein bisschen doof. Ist nicht schlimm. Auf jeden Fall räumen wir jetzt noch eben zurück. Und, ähm, genau, dann werde ich die Aufnahme auch beenden. Und, genau. Dann war's das auch für heute mit dem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Bis zum nächsten Mal. Haut rein. Euer FOP Gaming. Tschüss. 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 Vielen Dank.